Jede neue Generation von CITOP wird kleiner als die vorangegangene. Um diese Baugrößenreduktion zu erreichen, müssen alle Register der Technik gezogen werden. Auf diese Weise steigern wir den Wirkungsgrad der Geräte. Dabei ist vor allem die Reduktion der Wärmeentstehung in den Geräten das wesentliche Ziel. Durch Wirkungsgradverbesserungen ermöglichen wir Einsparungen bei den Kühlkörpern und der Abwärmebehandlung. So können wir das im Gerät verbaute Material mindern. Stromversorgungen werden dadurch kostengünstiger und schonen gleichzeitig die Ressourcen des Planeten. CITOP ist jedoch auch effizient in Bezug auf die Projektierung, denn bereits im Vorfeld zur Installation und dem Betrieb ermöglichen das Selection Tool, die vollständige Integration in KIA und der neue CITOP-Manager Effizienz in Sachen Integration. Zudem bieten wir für viele Produkte unter anderem entsprechende E-Plan-Makros, die ebenfalls die Projektierung einer Stromversorgung in der Anlage erleichtern.